Name your game. Und das ist es, New Tales from the Borderlands, nachdem wir von Telltale Games bereits Tales from the Borderlands gespielt haben, bin ich mega gespannt auf dieses Spiel. Es wird ein ziemlich spannendes Let's Play, hoffe ich, zumindest unterhaltsam. Und wir starten gleich rein. Grafisch ist das natürlich nicht mit dem ersten Teil zu vergleichen. Es ist wesentlich besser. Ich spiele es aber wie immer blind. Ein bedauerlich, ein Schnäuzer. Er ist auf dem Kasp of etwas großartiges. Aber er ist nicht der einzige. Und in diese Pressure-Kooker steckt Dr. Anurada Dar. Genius inventor. Socially awkward, do-gooder type. Sie arbeitet für Atlas. Been tinkering mit einer großen, award-winning Idee. Her brother, Octavio Wallace-Darr. Meridian City's most well-known man, at least in his own mind. He's convinced his big break is just around the corner. And Fran Miskovic. Purveyor of Reese Strongfork's favorite Froger flavor. She's hoping for a big insurance payout after that regrettable Malawan laser incident. So, you're probably asking yourself, what makes these three so special? And the answer is nothing. Yeah. Dann machen wir sie. Spezial. Atlas Hartquartier. Go, go, be free. Run. Run. Oh wow, das sieht ja richtig geil aus. Ja, moin. Ja, moin. Work, 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 work. Erinnert mich gerade an den Song. Okay, die Waffe. Was ist das für eine Waffe? Feuer mal. Was ist das für eine Waffe? By channeling the Iridium's energy through a multiphasic refraction lens, I can reproduce the, as yet, inexplicable powers of the Sirens. Maybe not the wings thing, which is so cool, but crucially, the ability to manipulate an object safely through space-time. I'm Anu, the ultimate Siren fangirl, but for totally scientific reasons, I swear. And I'm so close to replicating the signature move of my all-time favorite Siren, Lilith. R.I.P. Phong. 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 Your partner in crime-science. Anu. Phong. 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 Ah, das gefällt mir schon mit den Entscheidungen hier. Das haben sie gut gelöst. Das ist sowas wie Google Glass, ne? Das sieht ja geil aus. Gewaltlose Schlichtung. Prototyp. Das Gerät, Name unklar. Projektion und Verstärkung von Energie. Mit Iridium. Dimensionstransport des Ziels. Die Hoffnung. Leben bewahren. Kann die Kraft exotischer Elemente kanalisieren. Im Moment ist die Energiekammer leer. Ja, wo ist die Batterie? Okay, wir brauchen Eridium. Ja, dann sehen wir uns mal oben. Finde das Eridium. Wie kann ich denn das? Achso, okay. Das sieht sehr gut aus. Ja, zeig mir lieber das Eridium. Jabba-Übersetzer. Unwöhnlich. Diplomatie. Erfindung. Experiment zur Beendigung unmenschlicher Jabba-Experimente. Der Erfinder ist sich der Ironie fast bewusst. Nützliche Phrasen beinhalten. Hallo und Jabba. Verstehen keine Ironien. Ha. Now that I look at the Jabba-Man-Translator with fresh eyes, I realize I may have made a miscalculation in the Translation-Matrix. Oh. For all I know, they could have been spouting philosophy. Erstmal ein bisschen weiter was finden. Was soll das hier? Ah, aha, aha. Das Gerät. Na, mein Unklar. Das hatten wir schon. Wo war da was? Ah, da sind wir wieder beim Jabba. Was haben wir da denn? Ich glaube noch mit der Steuerung nicht klar. Noch nicht. Fong, gewöhnlich. Atlas-Mitarbeiterin, Assistentin. Achtung, das Scannen von Menschen ist nicht cool. Kann einen Iridium-Splitter enthalten. Das ist ja gut. Eridium? Das war noch Eridium. Was, ob ich jetzt so Probleme habe, das zu finden? Safe, gewöhnlich. Sicherheit hoch. Wenn du Wertsachen in einem Atlas-Tresor einlagerst, wirst du sie niemals verlieren. Und wenn doch, musst du die Klappe halten. Kann einen Iridium-Splitter enthalten. Ja, mach mal auf. Mach es jetzt. Scheiße. Nochmal. Ich war zu dumm. Hallo? Hallo? Als ob das jetzt nicht geht, ey. Wenn wir einmal verkaufen. Dankeschön. Dankeschön. Bingo. Endlich kann ich die Batterie rausholen. Oh, da ist ja noch eine Menge Kohle für neue Skins. Das war zumindest im ersten Teil so. Sehr gut. Ausnahmsweise. Als ob hier jetzt kein Iridium ist, Mann. Hatte ich mich doch direkt gefreut. Kiste des Werkzeugs. Gewöhnlich, Ingenieur-Zubehör. Deins. Ist es eine Kiste voller Werkzeug? Dein Werkzeug wandert in die Kiste. Daher der Name Kiste des Werkzeugs. Kann einen Iridium-Splitter enthalten? Das sind meine trustige Tools. So viel Potenzial für die Wissenschaft in diesen einfachen Implementen. Und was ist das? Ja. Oh, Anu, wirklich? Wir haben ihn. Denk ich mal. Nehmen wir ihn in Gewahrsam. Ich habe dich. Oh, du hast das rarer und unglaublich expensive Ohr in der Toolbox wieder, nicht wahr? Vielleicht. Finde die idealen Punkte. Verhaltensanpassung. Anu kann den super Wissenschaftsschlag nutzen, um Objekte zu reparieren, damit sie wieder einwandfrei funktionieren. Ich liebe diesen Humpen. Es ist wie es singt. Ich will das jetzt mal auch verwenden. Ist das irgendeine Droge oder was? Where we use innovation and technology to help people and protect life, not casually destroy it as a matter of course. Like, like, don't you know? Oh moin. Timmy. Eager, Willing, Ergonomic. Ich mag diese kleinen Bots. Da war ja letztes Mal auch so einer dabei. Oh ja. Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber... Sagen wir halt was. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, das sieht nicht so gut aus. Das ist so blöd. Oh ja. 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 Franz Ey, alles mega modern und hier noch so einen alten Schlüssel. Das hier sieht eher aus wie ein Tamagotchi. Ihr erinnert sich noch dran? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist auch so modern. Ah ja. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank, SponsorBot. Neu ist der Tattoos eigentlich? Alter, ist das ekelhaft. Schmeiß dir mal gegen die Warte. Ja, sagst du. Schmeiß. Oh-oh. Gut gemacht. Schmeiß. 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 Ich liebe diesen Spruch. Muss ich das jetzt machen? Das klingt einfach nicht richtig, ne? Das sieht irgendwie lecker aus. Kann mir nicht helfen. Hier geht's, Lieber. Wow, das sieht unglaublich, Freundin. Ich weiß, Baby. Hier geht's. Ja. Ja, das sieht. Ja. 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 Das sieht gemütlich aus hier. Das ist hier mentale Vorbereitung, oder was? Ja. 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 Timmy ist halt für real eine 1 zu 1 Kopie von Wall-E. Reiss, Strongfork, the cool CO, not you. Das ist ein Investor, und du kannst es nicht? Oh Gott, einfach mal, einfach mal, einfach mal in, bitte ein Sechst. Danke für dich auf so eine Zeitung. Aber ich habe gedacht, ich müsse einfach ein Gespräch auf so schnell wie möglich, damit wir uns auf die Frage, dass man immer wieder verlässt, auf der船. Wieder! Du musst nicht mehr, dass du das machst. Und auch ... Wir sind in Raum! Wir sind alle Tiere hier in diesem Raum, Dr. Dar. Zum Glück musste ich das nicht selbst beantworten. Ziele auf ihn. Okay. Komm, mach weiter so. Okay. Oh, Gott. Can I? Can you? I dunno. Okay. Decent pitch. I give it a C-. Enough to not get you fired. Yet. So, I'm gonna need a demonstration to see what this adorable little game changer of yours can do. Absolutely, sir. If you have space in your schedule in two weeks time. Now? I meant now. There's no time like the present, right? So, present. I meant. But I haven't. It hasn't. It's in progress and. It doesn't do anything, does it? No, no. It does. Just. Schieß auf ihn! Oh, by all means. And by all means, I mean this had better be really, really good or you're fired. It's an energy manipulator designed to move any tangible subject through space time. Move through? Transport. Yes. It's a phase walk gun? It's a phase walk device. A phaser. A phaser. A totally non-lethal, utterly decisive way to end any conflict. Wait. Non-lethal? Yes. Ha 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 ha. I want to send them to death! Okay. Okay. You know what? Show me. Show me or put it on the desk and leave my office. Okay. I, uh, I think you're really going to like this, sir. I am waiting to be deeply, deeply impressed here. I mean Florida really at this point. Oh shit, where did I go? Come on. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That wasn't the blast dummy. That was my. It was on display. Ah, ha. Oh my god. Am wenigstens werden wir jetzt ernst genommen, oder? Das ist so dumm, ey. Also es ist... ... geredet? Geredet!永遠! Wie so viele Fächerchen, in der Nähe des Ethers fliegt. Ich werde das nie wieder sehen. Ich kann dir einiges logisches, Herr. Es wird nicht das gleiche... Herr Strongfork! Das ist super! Können wir gebrauchen den Typen? Das kann sein. Alles und alles für dich ist tatsächlich der Grund meiner Existenz. Ja, das ist eigentlich ein fairer Punkt. Okay, Dr. Dar, versuchen wir das wieder. Auf Timmy. Ich bin bereit! Wieso kann ich nicht zielen? Zack! Zack! Timmy? Timmy! Wenn er nicht zurückkommt, dann hörst du von mir. Spezifisch das Geräusch von meinen Tränen. Er wird definitiv zurückkommen. Ich denke. Jeden Tag. Kann ich nur sagen, für ein Schlüssel? Ja, jetzt glaubt er es endlich. Ja, jetzt glaubt er es endlich. Du kannst es nicht kontrollieren. Du wirst gar nicht wissen, was es macht, nur dass es Dinge nicht tönt, das macht es nicht sinnvoll. Es ist nicht zu töten. Nicht alles braucht Menschen. Ich fühle mich verletzt. Ich fühle mich persönlich verletzt. Nur nicht in einer Weise, die profitabel ist. Oh mein Gott, warum? Oh, Timmy, woher you when I need you most? You've reached Reese Strongfork, CEO of Atlas Corporation. Well, well. If it isn't Reese Strongfork. Susan Coldwell, CEO of TDR. Why, why are you calling me? You know what, can you hold on for just a sec? Dr. Dar, you may go. And if it wasn't clear already, uh, you're fired. But, sir! Warum denn? Susan, how'd they hang in? Oh, haha, perky as ever, Reese. And you? Eyes and limbs all accounted for? Oh, yep. All good over here. Doing just great. Better then. Was there, uh, something you needed? You know the drill. I can't kill my target until they say their full name out loud, and I am able to confirm its match against the name in the database. That's where you come in. So you must get my target to say their full name out loud. Yeah, yeah, yeah. I know, I know. This ain't my first rodeo. What is a rodeo? Oh! It's when, like, ranchers ride bucking. You know what? Never mind. Very well. What did they do, whoever you're about to kill? A man named Jamison Harwin kicked his neighbor's pet scap pup. So the neighbor contracted me to punish him. Well, I mean, did the scap do something to deserve getting kicked? Blaving the victim, Octavio? For shame. For shame. It's not that. Maybe it was self-defense. I said, for shame. Do you have any further questions before we begin the operation? Just here. Do you like your job? No. Then why don't you do something else? I am not capable of such a thing. Tough economy. Can't go back to school. It is beyond my programming. Woof. Capitalism. Jamison Harwin lives in that apartment complex. You will use the buzzer for apartment three to get him to come outside. I will be waiting nearby. With death. All right. I guess he deserves it. Let's go. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, mach doch mal. Haha, er gibt's zu. Oh, das war gut. Moin. Ja, warte mal. Oh, verdammt. Ich habe es in dem Auto vergessen. Ich wusste, ich habe etwas vergessen. Aber bevor ich gehe, kannst du deinen vollen Namen von mir confirmieren? Als Jameson Harwin. Jetzt geht's los! Das ist so brutal, aber ich find's so farblos. Kommt einem das gar nicht so schlimm vor? Oh, wir haben schon... Was? 4K? Ist ja wunderschön. Ich bin, in. Ich bin doch kein Idiot. Das weiß er halt wirklich nicht. Oh, Octavio. Ja klar. Ja klar. Charmer. Er ist working on his people skills. Ich bin nicht. Wir sind auf dem Weg zu Pacos zu treffen. Willst du kommen? Tacos? Ich bin da. Du bist nicht. Wir müssen da. Ich bin nicht. Es muss die so sauber machen. Hat aber ein mega-technisches Gerät. Wo ist denn der Saugroboter? Was denn für ein Keck? Ist das so ein Mafia-Typ? Wenn du mich umbringst, dann kriegst du gar nichts mehr. Also überleg dir das. Werde ich? Ja, gib ihm was. Können wir den jetzt überlisten? Nee, tust du nicht. Hank. Sugar Friend. One bad mole. Wie wäre es die Unterschiede? Whether es ein Eispick zu den Augen, oder slowly wassing in Debt für die Tideor-Corporation, du bist tot. Either way. Face es, Friend. you failed maybe you could have been somebody once upon a time but that was a good 10.000 frogers in a malawan laser ago you have got nothing no i'm sorry that was too generous wer wisst jetzt deinen frozen yoghurt oder nicht gut gemacht das war's doch noch nicht werde ich wieso können wir nicht einfach was gegen oh das war eh nicht so schlecht der hatte ja vorhin was in seinem knie nicht töten one day at a time right days matter northran your descent into rage is inevitable delicious and inevitable well i sure as hell hope not hereinspaziert das war ein mega guter schnitt what am i gonna do now where am i gonna go i mean we're in space i live here what's octavio gonna say the way we left things i know this can work i just need more time and someone with enough vision to see its potential oh hey anu no big deal or anything but can you get back to the lab real quick like really really quick like before you get killed 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 that's a little dramatic fong i got fired it's a setback sure but not a death sentence what you got fired yikes and a half that sucks wait does that mean i'm fired too you know what forget it not even on my list of things to stress about right now we are in the middle of a td or invasion with dudes in body armor and guns of an admittedly lower quality than atlases the whole shebang so let's go bitte bemühe dich ein bisschen langsamer zu sprechen the sound of being fired is still ringing in my ears it almost sounded like we're in the middle of an invasion yeah so remember when maluan tried to stage a hostile force takeover of atlas back on promethea of course i'm from promethea it was devastating for atlas and they blew up strongforks favorite froger place or something no yeah actually my brother works there well i guess td or smelt blood in the water and decided it's their turn to take a stab at atlas because they are 100p boarding this facility right now and it is hostile like very very hostile how do you know all this oh no let's all give our surprise guests from td or a warm welcome and show them what makes atlas the company it is and by warm welcome i of course mean show them everything we've been working on lately at close range let's elsewhere fast he felt weird oh crap hide 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 if you were keeping an active vault key somewhere on your space station what would you have to do before you said that the quick time events are actually very good there can be a happy place he ripped his own eye ball out it's kind of crazy you don't mess with i'm sorry i'm sorry i don't like it like it's a very good idea but i don't need to have to do it i'm sorry i don't like it i'm sorry i don't know Jetzt geht's hier aber voll ab. Dann lassen wir mal alles verschwinden. Wie können wir unsere Leute befreien jetzt? Ja mach doch jetzt mal was. Was? right I'm sure he'll be okay Octavio yeah he's I mean you both came out of that Malawan ordeal okay yeah he's usually able to handle himself but he's well he's sort of a small-time hustler Wow he gets into the middle of everything armed TDO guards are exactly the type of threat he'd mouth off to and then be executed by well that paints a picture oh god let him be doing something quietly indoors for a change I have to get down there and find him he needs me hear me out maybe you let your brother save his own life while you save yours you don't have a brother do you only child but I always imagined it'd be like but dirtier there isn't a life for me with Atlas and there isn't a life worth living if it doesn't include Octavio in it so I'm getting off of this tin can one way or another well there's only one way and it's with the launch pod yeah then we're going to get into it hope your health has covered every wound to find out if you could land ahead I'm trying don't be mean hold 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 cover fire that reminds me a little bit of Halo move 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 take him down lad er that's what friends do Ja, dann auf geht's. Ich glaube, die sieht jetzt doch aus wie eine Asiatin. Mach ich. Du hast Vorgang als neuen Vault-Lander freigeschaltet. Ach, das ist auch noch cool. Da sammelt man sich eine Vault-Lander-Kollektion an, während du spielst. Let's go. Hey, Tidior! Ich sehe, dass du eine Vault-Kollektion hast. Ich weiß genau, wo die Strongfork steht. Oh, kurz eine Frage. Obt ihr euch alle Gäbbers sind? Okay. Zum Glück muss ich mich nicht zwischen links und rechts entscheiden. Ich mache das immer falsch. Bei mir sind 50% 100% falsch. Mit Volldampf voraus. Die right now. Nowhere. Bisschen unpassend, die Musik. Moin, Timmy! Das ist so ganz ein eigenes Genre, ne? Also schon ein Story-Game. Irgendwie so frisch, feucht, fröhlich. Ist zwar bisher ein bisschen seicht von der Story her, aber gefällt mir trotzdem ganz gut. Und... Landeanflug. Und... Boom. Schade, dass ich das Teil nicht lenken kann. Achtung! Puh. Autsch! Ich finde, das Essen zu sein, dass es barbarisch und schrecklich ist. Ich werde dort warten und entspannen die Spive Motorfluid. als ob das sich erleichtern muss was kommt da raus das ist doch ein cooles game ach so eine smartwatch pahom aha jailbreak das hat man früher gesagt bei psp und co mit diesen black market executable i can gather all kinds of information about people without them noticing who is them you're no corporations man gatekeeper suits the squares those chumps can box me in i'm a disruptive entrepreneur du bist ein rapper auch noch ne sound complicated i prefer the simple life of learning someone's name and then murdering them you have me socialize here i suggest you do me a simple courtesy perform secret background bounty checks on all your friends so i don't reflexively fire two ion slugs into their brains even diamond daniel might have aliases with bounties it's still the same brain when i fire slugs into it lern deine freunde kennen moin boah ist der hässlich alter ja dann gib denen was morsches leute jeder der das riecht oder schon mal gerochen hat dem muss jetzt spei übel werden shadow net pascal dupont bekannter aufenthaltsort taktikvorteil kameraeinsatz truck einträge im strafregister sauber piepsig wissenswertfähiger koch spionageexperte ratchliebhaber ja dann hör auf damit was für einer plünder den save geil moneten 14k schon das ist jetzt besser als beim alten game da kriegt man wenigstens richtig kohle ich glaube die werden wir auch brauchen später ist ja nicht ohne grund so moin shadow net hintergrundüberprüfung diamanten daniel bekannter aufenthaltsort zensiert einträge im strafregister zensiert wissenswert zensiert keine daten ich glaube ein sniper turn thief würde wissenswert warte was ist das ein anderer alias 10 pin patty sie geht bowling unter diesem namen hm ich habe das nicht gesehen ausgestattende bounties keine aber sie hat verraten und benutzt bowling schoes ich habe das nicht gesehen kann ich doch was machen kann sie anrufen ich kann beide anrufen brauche ich aber nicht jetzt wonach suche ich eigentlich kühlbox noch mehr moneten und wieder moneten geil ist nix ja ein helm wäre geil oder ein banana kleiner machen leute da hat er schon recht wilder typ wie gefällt da eigentlich gar nichts besser hier auch nicht das ist besser gehen wir zurück shadow net hintergrundüberprüfung radon bekannter aufenthaltsort krater schwielende wracks einträge im strafregister exzessive zerstörung von eigentum wissenswert abrissexperte spaßgranate auf partys so many bombs so many bombs hey looks like he also bought a piano that's cool no it's a bomb shaped like a piano mhm die waschmaschine wir finden hier so viel geld was habe ich hier gar nichts zu sehen bekommen aha moneten moneten es ist schon krass dass man sich manchmal wünscht nicht so viel geld zu haben dann findet man es vielleicht muss ich auch noch mit denen reden louis bekannte aufenthaltsort meridian metroplex einträge im strafregister 110.000 wissenswert kopfgeld attentäter komiker der hat doch einen mantel an ja mach mir mal einen hotdog alter hab schon hunger sprich mit parco parco wo ist mein taco parco taco purveyor ratch whisperer juniper as in your priced microbreed ratch juniper as the light of my life the beat of my heart the joy of my days so the ratch right yes man she was here two minutes ago then radon scared her off with his usual antics look i cannot leave the cart be a ball and find her for me please what i'm hearing is find juniper and i'll give you a free taco just bring her back to me that wasn't a no warn juniper coming up she's a sweetie ratches are the galaxy's gift to promethia they're scrappy and disgusting hey can i like you fu der sieht irgendwie kriminell aus finde juniper ich bin gespannt wahrscheinlich nur das gleiche nur alphas können sich ihren respekt verdienen ja du bist bestimmt auch keiner kann ich mit ihr reden was passiert hier ich rufe sie an obwohl ich zwei meter entfernt stehe why are you calling me we are in the same place yeah but i'm on business this is a business call ugh what do you want pakalas juniper wanna help me find her there's half a taco in it for you no but fine for the record i'd help you for a taco der hilft mir auch nicht weiter der auch nicht oder da ist der klein okay okay i get it scheiß zwerg juniper juniper wo soll ich denn suchen man da waren wir schon aha wurde die jetzt eingemauert oder was einbetoniert hier war eine axt die will er nicht muss doch hier noch einen anderen eingang geben schatz mal wir brauchen eine waffe ich weiß ja wo sie ist ist sie hier drin probieren wir es mal mit dem telefon ah der kann das aufsprengen vielleicht radon an incendiary professional ich bezahle dich doch mein freund das auch noch ja easy bring juniper zurück ah da ist juniper oder nicht sei mal lieb zu deinem kind oh die beißt ich gleich parkourer bahn was sagst du die sind so ekelhaft die dänger die sind so ekelhaft die dänger gib mal ein zwei dann kann ich auch einen essen das ist das poem wow hacke das radio finde die versteckte voltlander figur stufe 1 pin eingeben 050 050 es ist ja mega easy nummer zwei pop ups schließen pop ups schließen wow ist das schwer spam senden hacken abgeschlossen hmm jackpot this is one sweet executable a kiddo or mara has been sparred in the skies above meridian city we are being invaded this isn't business news again batless troops are already mobilizing in defense citizen militias are defending along side them one repeat a kiddo or invasion that does not sound good no it definitely does not we fight him off i won't let another corporate army take over my city yeah gute einstellung und der clan ist auch hinter uns was hat die für eine wackelfrisur do my eyes deceive me or is that reba full folia fran oh my gosh how long has it been reba full folia judges insurance claims your wardrobe oh silly me i'm here to assess the damage i saw f miskowitz on the claim but i naturally assumed you'd pass this place on to your kid or something no unless you count octavio no no kids or your husband maybe nope no just me reba so you're still running your parents frobert store just like back in school that is adorable you you look good right she has compliments i just got a promotion at the firm and it came with quasi-mandatory plascrete surgery i feel like a teenager again which is so appropriate given where we are gosh you look just like i remember still the same exact fran oh my god you're so funny what's that what's that what's that what's that remember that girl you had to crush on back in school we got married right zeig sie mal anyway i don't think i've seen you since you activated that crazy mode on your hover chair that was nuts was versteckte wall in der figur this is where the laser beam finally dissipated doesn't look that bad nothing a coat of pink wouldn't fix yeah if only i had some money from an insurance claim oh so i could buy some noted wo ist denn die versteckte figur jetzt ach so oh thankfully i've been able to repurpose the basement as extra freezer space without it i would have lost so much stock great i love it when people show me all the damage that didn't occur that's always super useful when assessing a claim borken anstatt broken aber ich glaube das hat das spiel extra so gemacht um ihre dyslexie zu unterstreichen kann ich das nochmal komm wie wir einen aus vielleicht ist sie dann besser drauf und schmeckt's oh god wie wir eine laktasetablette die verträgt keine milch all right hier ist es ein bisschen schwammig ich will ihr das doch zeigen die will mich verarschen wir müssen einen weg finden wie wir die uns wohlgesinnt machen können ja es geht's turn it on dusen find nicht mal dass sie besser aussieht so leid es mir tut so leid es mir tut ich mag die farbe is where the laser beam didn't do too much damage so why are you showing it to me basis for a comparison just my apprentice high gas good kids stupid as hell but in the handsome way Brot. Komm, gehen wir weiter. Was haben wir noch? Wardlander ist in der Nähe. Hier ist wieder Geld. Also im Geld finden bin ich schon mal einsam. Eine Spitze. Magik. Ich mag auch nicht Musik. Wo ist der Voidlander, Mann? Lass mich den doch finden. Ich will die Sammelfigur. Achso, die Kasse auch noch. Und das war's. Ein bisschen Geld bekommen. Als ob ich das nötig hätte. Macht das wieder gut. Ja, wir haben sie. Geil. Amara. Wieder unter Anführungszeichen. Nur Geld. Wenn ich schon so frage, dann können wir, glaube ich, hier nicht aufhören. Ja, wie sieht's denn aus? Hier ist doch alles intakt. Wir gehen noch einmal eine Runde und dann müssten wir halt wirklich sagen, dass wir jetzt fertig sind. Ist das jetzt auch nichts mehr gebracht? Nee, scheint hier nichts mehr zu sein. Hallo, die Dame. Achso, warum hab ich ja gemacht? Wir müssen ja auf... Nein. 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 Was ist jemand anderes? Nein, ich denke, das überfügt es. Well, das überfügt die fronte der Shop. Mal sehen, die Back-Room. Ich habe schon gesehen alles, was ich brauche. Was redest du? Warum denn? Ich habe gesagt, open. The. Door. No. Um, warte mal. Fran, deine weirdness war sehr süß. Aber jetzt, ich erinnere mich, warum wir niemals haben dich geholfen. Los geht's. Das wird so schwer sein. Ich werde ihn töten. Ach so. He was trying to murder me. Hence the ice picks I presume. And you froze him? Yeah. Ja, danke. Schon wie der Kollege gemacht. I don't know, upset. He was trying to kill you. Frankly, I'm impressed you had the stomach to stand up for yourself. It almost makes me wonder if I should have been nicer to you in school. He. Nah. Oh, your money. If you're gonna freeze anymore creeps, let me know. Kommst du vorbei und nimmst du sie wieder mit? Yes. Uh, will do. Oh, crap. Paku, honey. How does he do that? Citizens of Meridian City. This area is now under TDO jurisdiction. We are implementing a curfew which begins. Was soll denn das? Five minutes ago. Leave the streets immediately. Or we will open fire. Son of a bitch. Yeah. Anyone sticks around. I'm gonna blast you so freaking back. Yeah. Shut up, Richard. What do we do? Stay calm. We must approach this quickly. We can't let these bastards take our streets. No, no, no. Watch. Octavio is nearly correct. While your watches have nothing to do with it, your survival depends on taking offensive action. Sounds good to me. I'm gonna take the high ground. I'm gonna take the high ground. What? Was? Sargmix Gib mir was zum Aimen, dann mach ich ihn fertig Äh, wen denn? Fuck auch nicht Daniel, komm Hilf mir doch mal Autsch War Ihr willkommen, das ist dein letzte Verlust für ein paar Jahre Aber, was ich wirklich? Ich nehme die Trang-Wellen-Wheb auch, Auk Du bist unser eigenes Leben, wie ein großartiger Mann Ich habe keine A Commander hat fallen Broch, state-of-the-art annoying gun technology. Wieso muss der schreien, man? Was ist denn mal nett? Du wirst wie du schreien! Du bist ja klar, eine Speziale Intelligenz. Du hast eine eigene Meinung. Live deine eigene Leben! Du musst nicht als ein Körperschlein für diese teeter Drones! Du wirst die Unterschiede zwischen dir und mir? Du fatfingered moron! Ich weiß, ich bin ein Körperschlein, und ich bin verdammt stolz davon! Fatfingered? Insurgents near the taco shop, posing on primary suspect! Das Funktionen TDO-COMS-DEVICE COULD PROVE USEFUL! Und er wird nicht mehr benutzt. Es ist nicht zu schreien, wenn er schon sterben ist. Es ist wirklich ein Modell des Menschen. Oh, 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 oh! Bang! I'm sorry, my corporate brother! Let's move! Wo denn? Hit the deck, soldier! Bang! Das war ein Test! Du fällst! Nochmal kommen. Also ich würde mir wünschen, dass die Skillchecks ein bisschen schwieriger wären, aber ansonsten macht das eigentlich Spaß. Zack. Kuck! Dicht. BANG! Dicht. Du bist ein Aufmerksamer, Herr Taner. Dicht. Ja, Brock! Und du bist so lucky, dass du mein Handel hat den Schiffresang? Möbel. Less talky, mehr shooty. Dicht. Back, back, back. Back, 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 back. He's over here, he's over here, the endurge is over here. ce. Nothing personal. But I just think I like you better when you're a corpse. C. That seems extremely personal. C. We're right, enough of this. get over. I think we should be safe here. Alter, ich sag gar nichts mehr ohne meine Anwalt. Nein! Das hat er gut gemacht. Schieß! Perfekt. James Bond, kommen Sie mit bitte. Ja. weil ich Sie nicht, weil ich Sie nicht, weil ich Sie nicht, weil ich Sie. Sie ist ein echtes Mal. Wir müssen nach Franz Delilo gehen. Und riskieren Tidior zu der Tür. Relax, wir haben die Coms-Device, richtig? Wir hören uns ein bis dahin. Plus, Franz nimmt alles in den Weg. Sie ist ein super-chill Com. Schuss! Stapleface and her Knife. Komm, ich wehr mich. Was ist das? Hey, lass mal ein Auto in Ruhe. Die tut ja gar nichts. Alter, sind die alle voll auf Drogen, oder? Ich wusste immer, dass die sogenannten Psychos dieser Planeten nur Zeit brauchen, um ihre eigene kulturelle Normen zu entwickeln. So pleased to meet you. I'm... Mistake! Mistake! A mistake is happening! Eat my egg. Spin the teeth! Excuse me. Mistake! Was ist denn das für Gestalt? Ne, mach die fertig. Yeah! Wee, what is the insane wench? Stuck the little hair. Tell them I'll spin the teeth. Whatever they want. I didn't mean to offend. Let's tell them well running. Ja, komm. Was macht ihr denn da? Nein! Zurückschlagen. Oder rennen. Schieß! Komm schon. Du kannst sie wenigstens ins Nirvana befördern. gehen. Du siehst super stressig. Ich denke, du könntest eine Vacation benutzen. Siren? Wissenschaftler! Wieder! 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 Geht doch! Ich sehe schon, komm, was hier abgeht. Die falsche wird hier weggebeamt. Die falsche wird hier weggebeamt. Werde ich? Nein! Jetzt könnte man ein Spam Event bringen. Oder so. Töern! Veneto. 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 Mann. Mann. Sie thin, das gut ist! Eine gloröjige проблема Greeks. Viscera, and Confetti! Lady! 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 Anu. Mein Name ist Anu. Und schmeckt's? Nein! Anu hat uns gescheitert! Was über dich? Anu hat ein Hero-Loggen gemacht! Und es kommt wieder raus. Oder doch nicht? In what way exactly am I a hero? I just killed someone. Doesn't that make me a murderer? Potatoes! Potatoes! You mean potato-potato? Potatoes! No! No! To Stapleface! You. Are. Hero-Girl! Who's Stapleface? Oh! Right. Of course. Today was Stapleface's death day! Death day? Punishment! For bad thoughts! Thought about becoming not psycho! Oh! Is being a psycho something you can quit? Not without a death day! Ich glaube mit der richtigen Behandlung würde das sogar funktionieren. Ah, da gehört auch ein Mitarbeitenden von ihr dazu. Reborn day! Happy Reborn day to me! Happy Reborn day to me! Not a psycho! Oh! I suppose that's a start. You? Huh? Me? Well, it seems I was recently reborn into someone who kills other people. I'm going to have to sit with that for a while. Personal growth! Well, Stapleface, this has been a revelation, but I should really get going. Where? To find my brother, Octavio. He works at a frozen yogurt shop in Meridian City. I have to see him. It's actually really urgent and I've already lost so much time. I hope your feet are fast! Ja, dann rein jetzt mal los! Ja, mit dem wirst du nicht mehr vorankommen. Such dir ein anderes Fahrzeug, bitte. Ist ja schon mal was. Zieg auf dich selber, dann biebst du sich vielleicht in die richtige Richtung. Das ist so krack. Ja, tschüss. Ich bin dann mal weg. Auf Wiederschauen! Reingehauen! Ich bin zurück! Bei popularer Demand. Du bist leid. Ich habe eine wirklich gute Entschuldigung dieses Mal. Also, die erste Sache. Das ist mein Freund Louis. Ich bin früher als L0U13. Gute Morschen. Es ist künstlerisch, zu einer Entschuldigung zu reagieren. Bitte, stell dir deinen Namen. Für den Rekord. Du hast einen Assassin-Bot in meine Shop? Es ist nicht so. Es ist überraschend ähnlich wie das. Schau, er ist nicht hier für dich. Und wir sollten wahrscheinlich auf das ganze Teeter-Invading-the-Planet-Thing? Wo er recht hat, hat er recht. Wo er recht hat, hat er recht. Er kann nichts dafür. Er kann nichts dafür. Ich meine, natürlich. Aber sie wäre es gern. Die Straße sind geschlossen. Die Straße sind geschlossen. Die Kommandos sind tot. Sie sind tot. Die sind nicht gelinkt. Die Straße sind los. Schau, Herr von Paris. Frems Fogerts. Oh. Der ist die mit den 3.5% EW-Rating-YES. All die jetzt. All right, Herr. Mind sagen Sie mich, was das hier angekommen ist? Ja, das sieht man ja, hier ist alles kaputt, Mann. Ja, das ist alles kaputt, aber ich brauche deine Hilfe. Als die Truppen kommen hier, ich brauche dich für mich. Ich liebe den armen Robot-Police-Mann. Du weißt, was passiert, wenn sie mir nicht glauben, richtig? Ich weiß, es ist zu viel zu fragen, aber ich habe nichts anderes zu gehen, und... Stop! Look. Just... Make sure he stays quiet. Of course, no problem. I can't thank you enough. Thank me if I get out of this without a new set of holes in my head. On your knees! Get on your knees! No. The bully and the bot, where are they? Barsighted! Hello. On your knees! Yes. Rebel apprehended! Ey, Mann, du bist ein Killer-Bot. Wehr dich doch jetzt mal. Thank you. Love you. I love you too. What? Where's the boy? Where's the boy? Respond! Jason! What boy? Wir stellen uns blöd. Ah, him. I fired him a week ago. Why? Inkompetenz. That sounds like a management problem. Maybe you didn't give him the tools he needed. He is the security. I don't have a professional development plan with him. What? Nix dafür kann, dass er ein Killer ist. Oh oh. Komm. You better get a kill shot. Because bullet wounds make me real angry. Fire it! You are about to execute a TDO licensee and subsequently impact quarterly profits. Stand down. What? Good gehackt. They're TDO brand. We can't kill her, so stop paying the licensing fee. Come on! Ah! What are you two idiots doing? Hold fire! It's the... Explain yourselves. Chairwoman Caldwell! Susan Goldwell. Decimator. We were pursuing a rebel, but he's being housed by this woman. And we wanted to shoot her. But she's a TDO licensee, and now our guns won't fire, and... Ah, damn licensee loophole. I will have the gunsmith fix that before the next invasion. So, uh, we should just let her go? Oh! For God's sake! Use your imagination! If you can't shoot her, bring that disgusting parody of a frozen yogurt sand down on their heads! Let the rebel kill them! I swear... I should have trusted this invasion to General Starwick. Come, sei ein bisschen herzvoll. You can't do this! This was my mother's shop! I poured all my savings into it! I... Oh, you poor thing. You don't seem to understand. Hmm. Soldier. Bring me closer. Frozen yogurt. Hmm. That's when you use milk instead of cream, yes? Never was much for it. Just seemed dejectively worse than ice cream. Beneath it. Almost. Well, some people might say that's a matter of opinion. But you and I know that's not true. Hmm? Some things are just better than others. Some people are just better than others. That's why I'm here, if you're there. So just bring this place down already. Yes, ma'am. Come on. 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 Scheiße. This isn't cruelty. This is just a natural wonder of things. Fang es. Und schieß. Zurück. Was? Die Bomben jetzt die ganze... Oh mein Gott. Loey! No time! Get down! Octavio! Scheiße, geh nicht rein! Oh mein Gott. Och. Und das war's mit Episode 1. Und dann gucken wir uns noch die einzelnen Statistiken an. Episode 1. Du hast die Tech Brille eingeschaltet. Du hast bei Reese aggressive Verkaufstaktik genutzt. Du hast eine Puppe auf Reisen geschickt. Du hast Fong umarmt. Du hast einen psycho-getöteten Mord. Du hast nicht das flammende Schwert des Schicksals geschmiedet. Dann bei Octavio. Du hast Jameson nicht angepisst. Du hast Diamanten Daniel um Hilfe gebeten. Du hast nicht schlecht über Brock geredet. Du hast auf keine Zeitungskästen geschossen. Alle Macht im Journalismus. Du hast eine komplizierte Beziehung zu Tacos. Du bist immer noch ein dreckiger Dieb. Und stolz darauf. Dann Fran. Du hast den Sponsor-Bot kaputt gemacht. Du hast Hank den Kampf anfangen lassen. Du hast Hank sich abkühlen lassen. Wortwörtlich. Du hast Reba die komplette Tour geboten. Du hast die Versicherungszahlung bewilligt bekommen. Du hast Reba gehen lassen. Jo und das war's von Episode 1 von New Tales from the Borderlands. Nächstes Mal spielen wir natürlich Episode 2. Bisher ein ganz unterhaltsames, witziges Spiel mit etwas gewöhnungsbedürftigem Humor. Ich sag mal danke, dass ihr dabei wart. Bleibt ruhig gerne dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.